Bauerhausen 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 BMW RR Wow Hier ist das Format vorrücken Dann wird es drin Um rauszunehmen kannst du noch eine Bremse ziehen Ja Dann ist auch noch ein Schaltassistent Das heisst, du kannst ohne das Kuppeln schalten Ja, das ist super Einfach Gas gehen und dann hochschalten Ab dem Gas gehen Ja, und den kann ich auch noch auf den Hebel drücken Den kannst du auch noch machen Ja Ja Der Bauerhausen ist BMW Fan geworden Jetzt ist mein Junior auch hier Jetzt fahren wir beide eine RR Noch einmal 20 Minuten Rundkurs Juhu Jetzt ist mal eine rote Eine schöne rote RR Juhu 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 Juhu